Was geht ab Leute? Neulett Games hier und wir starten heute Outlast Whistleblower. Das ist das neue DLC, was für Outlast rausgekommen ist. Und ich muss wirklich sagen, letztes Jahr, als es erschienen ist, war es ziemlich creepy. Mal gucken, ob es jetzt immer noch so creepy sein wird. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall der Fall sein. Los geht's. Ähm, wir nehmen normalen Schwierigkeitsrat. Obwohl, normal schwieriger Albtraum Wahnsinn. Na, nehmen wir mal schwieriger. Warum nicht? Oh, ich kann's kaum erwarten. Oh, ich kann's kaum erwarten. Oh, creepy. Kind of busy here. Oh, what do you hope? You're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. zwei stunden vorher so einiges heftiger werden als noch in outlast das muss aufgedeckt werden auf jeden fall wir müssen uns hier ausschleichen ganz vorsichtig muss ich sagen für ein indie spiel sieht das spiel fantastisch aus wirklich hey ich war hier nur in der ecke und habe sachen gemacht die ich nicht so wirklich zeigen kann richtig creepy spielen den gleichen typen den wir gespielt haben ich glaube nicht ich will nicht verraten was am ende passiert ist aber ist ein mitarbeiter definitiv keiner will mich weiter lassen gehen wir durch oh ja hier ist viel passiert hier sehr viel passiert in outlast von terminal genau das war die kugel die wir gesehen haben Wahnsinn, Wahnsinn. Alles cool, alles cool. Lass uns das Ganze mal angucken. Irgendwas Besonderes, irgendwas Lustiges, vielleicht auf den Screens, aber... Nö. Alle Aktivitäten normal, das wird sich sicher gleich ändern. Vielleicht nicht ganz. Könnte das der Typ sein? Ich will nicht zu viel verraten. Ah, so schwindig zu spoilern gerade. Vergewaltigung, Vergewaltigung. Definitiv. Lustigerweise ist es genau der Typ, den wir vorhin gesehen haben. Oh, shit, ey. Wahnsinn, ey. Ich bin einfach so wieder weggeschickt. Nichts Lustiges passiert hier so. Oh, da wird noch richtig gleich heftig was abgehen. Wir haben aber nicht mal eine Wahl. Hm, krieg kein Schulterklopfen. Gute Arbeit oder so, ne. Können wir wieder hier die lustige E-Mails schreiben? Wow. Das geht schnell. Okay. Mr. Whalen partner. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing to fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and, uh, did I just hear Mr. Whalen Park volunteer for the morphogenic engine program? That's what I heard, Mr. Blair. That's what I heard, Mr. Blair. Brave indeed, Whalen. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Oh, shit. Das wird richtig heftig. Das wird richtig heftig. Das wird richtig heftig. Die Bilder haben sich in seinen Kopf gebrannt. Das wird richtig heftig. Oh, shit. Oh, shit. Alles dunkel, alles dunkel Keine Lampe, kein gar nichts, wir müssen hier raus Geist jagt uns Oh Gott, oh Gott, wie komme ich hier überhaupt raus Kamera, Kamera ist gut So bekommen wir die also wieder Wir können schön im Dunkeln sehen Okay Wie kommen wir hier raus Wie kommen wir hier raus Wir haben hier eine Leinwand Wir haben hier einen riesigen Blutfleck Holy shit, ich denke die Töte wird Wow Oh oh Okay, es ist dunkel Der weiß garantiert nicht was abgegeben Wir sollten erstmal aus dem Licht bleiben Kommst du mir hinterher, 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 kommst du 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 hinterher, Die gucken mich an. Die gucken mich alle an. Oh. Ja, ich geh ja schon. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Das ist natürlich zu, wo der Idiot reingelaufen ist. Wollen wir hier gucken. Wow. Purer Ausnahmezustand. Die Tür. Purer Ausnahmezustand. Tau, kommen Sie in der Therapie. Hier. Geh die Bläde. Keep around in der Ferne hier. Get ein paar Reden auf deine Hände. Es ist immer gesund wenn du dich selbst expressst. Der lässt uns sogar nur leben. Und die sind genauso nackt und widerlich wie im letzten Teil. Oh mein Gott! Shit! Oh mein Gott, diese Jumpscare ist immer... Ich weiß noch nicht mal wo lang. Da ist doch ein Weg. Okay, zu, 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 da oben. Oh mein Gott! Das war wieder so knapp. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow! Okay, Funkgerät finden! Sie ja hier irgendwie rauskommen. Das wird sowieso ganz widerlich enden, aber... Mal gucken. Yes! Selbst wenn so ein Ausnahmezustand da herrscht, sind sie immer noch richtig, richtig gewang und fies. Und einfach nur absolut widerlich. Oh Gott! Ich muss die Kamera irgendwie grundsätzlich mal anhaben. Okay, wir können das Bett, denke ich, benutzen, oder? Nope! Aber das können wir beiseite schieben! Jawohl! Ach, Hallöchen! Bist du aufgestanden? Ich geh mal weiter, ne? Ich mach... Oh, ich mach auch mal die Tür zu, ne? Ich will ja nicht stören. Mach mal weiter ein Nickerchen, ne? Ähm... Moment! Oh Gott! Wo kam er gerade raus? Ähm... Nicht blöd werden, nicht blöd werden! Muss cool bleiben bei der ganzen Sache! Ach du Scheiße! Das ist genau... Genauso widerlich, wie wir das Ganze kennen! Alter Schwede, wo der Zerfetzer! Guck mal, so ein bisschen drin pulen! Mit dem Finger! Und pieken da mal so ein bisschen rein! Boah! Ist das widerlich! Augenschön in den Kopf gedreht! Joah! Dem haben sie die Gedärme ausgezogen! Mama mia! Was der wohl gegessen hat? Hm... Das Fleisch ist sogar ab! Ja! Ja! Ja!